Hallo und herzlich willkommen zum neuen Partizigio. Wie ihr seht, ich hab ein bisschen mehr Kohle, ne? Wir wollen in 2 das Metagross-Deck kämpfen und hab 300... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Wie ich das nennen soll, diese Blitze, Punkte, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir heute mit dem... Atmurai... ich weiß nicht, Serpi Royale-Deck, also dem Wasserpflanzendeck, das ich entstellt habe, kämpfen. Und ich möchte bitte nicht beginnen, dankeschön. Welches ich auch ziemlich stylisch finde, ich würde sagen, wir lieben mal mit Otaro. Oder mit Lapras. Weiß nicht, ich würde sagen, wir lieben sogar mit Lapras. Otaro und Serpi Royale gehen mal auf die Bank, denn Lapras ist immer ganz gut, weil das sich in nichts entwickelt. Unser Gegner hat anscheinend ein Feuer-Deck, ist das geil. Der braucht auch eine Feuerenergie, um Irrlicht einzusetzen, die hat auch... Oh, Muskelband, mal sehen. Der hat 20 weitere, das heißt, er macht 40 Schaden. Das ist schon wirklich schlecht, denn... Wir machen zwar mal 2 Schaden, aber Wasserpfeil macht... 20 Schaden... Also 40, und das ist eigentlich schon fast zu wenig. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Denn dieses Phoenix kann dann schon ziemlich Damage raus haben. Wieso gibt er schon 2? Okay, interessant. Aha, 40, das ist schon ziemlich viel. Muskelband ist, man muss wirklich sagen, ziemlich stark. Also auf jeden Fall eine ziemlich starke... Mir fällt jetzt der Name nicht ein, auf jeden Fall hat... Warte mal. Wieso steht es auf Englisch dann, nicht auf Deutsch? Bei einem steht es Deutsch dann, aber bei Evo sie auch nicht. Interessant. Interessant. Äh, Wasserpfeil machen wir einfach mal 40 Damage. Und der hat uns nämlich fast schon wieder down, was ich ziemlich kacke finde. Weil wir haben noch 10... 10, 10, 10... 10 Schaden, aber wir kriegen hier unser geiles Shaman Skydex. Die dein Gegner bereits genommen hat. Okay, 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 aber... Äh, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich lege es sogar uns für Weihnachten. Auch wenn es ein Feuerdeck ist, ist das halt das Problem. Ah, es ist ziemlich schwierig mit dem Feuerdeck, weil ich eine Wasserfeuerkombi habe. Ach schon, scheiße, wir haben ja schon gewonnen. Ja, den ersten Sieg... Ja, boah, Gott sei Dank. Ich hasse diese Turnierkrieg-Tickets, die bringen gar nichts. Aber was ich noch beschissener finde, ist, weil ich nur so 5 bekomme. Und nicht mehr Poké-Dogla. Mal schauen, wie viele kriegen wir denn dazu. Wir kriegen anscheinend nur 15. Nur 10 für den Sieg. Wow, Leng. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt noch einen Sieg bekommen, und dann kriegen wir noch eine Blurag-X-Karte. Was schon ziemlich geil ist. Das ist schon ziemlich geil. Und er hat eine Elektro-Pflanze-Normaldeck. Also Pflanze kommt mir überhaupt nicht gelegen. Pflanze kommt mir wirklich gar nicht gelegen. Mal schauen. Der Gegner hat keinen... Okay. Hat einen Ultragaria. Okay. Und Pflanzen-Energie und... Was bist du? Kampfreporter. Tier-Sorgen, bist du gleich... Ah, okay. Interessant. Und wir haben schon wieder unser Shaman Sky. Interessant. Ähm, mit was liege ich? Da ich 2 Serpifoys habe, werde ich mit Serpifoys liegen. Und die 3 können alle... Kann alles auf die Bank. Ist alles gut auf der Bank zu haben. Babam, babam, babam. Vor allem... Weil wenn man keine Karten auf der Bank hat... Ja, ich möchte eine zusätzliche Karte wieder. Dann ist das immer ganz Minun. Minun! Ähm, dann ist das immer ganz praktisch, weil... Dann geht halt der Kampf weiter. Und man verliert nicht so leicht. Wie wir im letzten Part ziemlich gut gesehen haben. Was machst du jetzt einen während des nächsten Studios-Eins gegen das Wirt-Schade? Durch Angriff des Verteidigungs-Puppen-Anzugefügt. Um 30 reduziert. Alter, dann kann ich ja gar keinen Schaden mit meinem Dings machen, solange er das macht. Und rettender Schal. Rettender Schal macht was? Rote Karte, dein Ding. Okay. Stört mich jetzt nicht. Finde ich sogar relativ gut, dass ich neue Karten bekommen habe. Trollalollaloll. Ähm. Ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal Shaman Sky, die Sache. Oh, weil... Er hat uns schon angegriffen, oder? Das habe ich jetzt nicht falsch gesehen. Das wäre natürlich doof. Aber er kann uns eigentlich auch keinen Schaden machen, oder? Okay. Ja, doch mit Elektro-Dusche natürlich, ja. Mit Elektro-Dusche. Wenn er eine Elektro-Energie dran anlegt, dann kann er uns jetzt Schaden machen. Und ich würde sagen, wir rüsten Labras auch noch mit aus, denn, ja. Mit Labras könnten wir auch mal Schaden machen. Was schon ziemlich praktisch ist. Von dem her, er hat eine Elektro-Energie, das ist schlecht. Denn jetzt kann er jedem unserer Pokémon 10 Schaden zufügen. Und das wird jetzt dauern, das... Wow. Das ist ziemlich gut. Weil davor kann ich halt einfach keinen Damage machen. Ähm. Ich hecke jetzt mal noch die Pflanzenergie hier an dich dran. Ja, man muss eigentlich meinen Zug schon wieder beenden. Halt, stopp. Eigentlich hätte ich auch eine Pflanzenergie an Serpy vorher anlegen können. Denn wenn er uns immer 10 Damage macht, genau. Dann können wir nämlich auch das Minun angreifen. Wow, Facepawn. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Rigon. Dass du so dumm bist, hätten wir auch nicht erwartet. Hätten wir alle nicht erwartet. So, jetzt kommt auf jeden Fall ein Rankenheap. Babbam. Können wir eben auch mal ein bisschen Schaden drücken. Er wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit dieses 10 Schaden-Ding spammen. Denn damit kann er ziemlich gut unsere Pokémon ausstellen. Ich meine 60... 60... 60... Die verrecken alle gleich und sweep das Minun gerade. Wow, wie schlägen. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Damit hätte ich jetzt mal überhaupt nicht gelten. Von so einem Minun gesweept zu werden. Und yay, mein Bruder reißt gerade die Jalousie auf wie nichts. Es ist schon wunderbar. Ja, bitte lass mich, bitte lass mich. Alter, es ist einfach so viel... Ich finde, es ist schon ein bisschen krass. Diese Fähigkeit. So, jetzt ist die Frage. Ja, ich muss eigentlich Serpivoy damit ausrüsten. Denn ohne den kann ich ja keinen Schaden machen. Ser Schneider, komm, hau drauf. Ich muss dieses Minun wegkriegen. Und ich brauche noch zwei Angriffe. Das heißt, jedes meiner Pokémon, also Serpivoy, Schalkwab. Und Otaru bleibt nur mit 10 KP übrig. Das ist sehr schlecht. Wow, wie okay ist mein... Aber er hat immer noch keinen Pokémon auf der... Ach, verdammt. Komm, sag ich's. Er hat Neboli. Er hat Neboli. Oh, wie süß. Wenn du eine Basis-Energiekarte von deinen Hand an... Scheiße. An dieses Pokémon. Ich will wissen, was es kann. Hey, lass mich mal. Lass mich. Lass mich. Danke. Dann, wenn du eine Basis-Energiekarte von... Hm, die sich aus diesem Pokémon... Okay, interessant. Interessant, was das Fähigkeit... Interessant. So, und jetzt nochmal Zerschneider, hau. Zerschneider, hau, hau, hau. Aber solange er nur Evoli hat, ist das eigentlich ziemlich praktisch. Denn ich brauche nur noch eine Energie und kann Evoli one-hitten. Oh, er hat Vollipurbe bekommen. Hm. Interessant. Interessant. Nein, du hast... Nein. Du hast gerade nicht ernsthaft... Wow. Die Frage ist willig, Schalko. Ich glaube, ich mache das sogar jetzt mal nicht. Denn je mehr Preiskarten er dadurch bekommt, umso stärker wird Shaman X. Und das ist eigentlich... Das ist sogar richtig gut. Das ist sogar richtig gut, was er hier gerade macht. Mein Freund, du hast jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Weißt du das? Weißt du das eigentlich? Weil du kannst... Du kannst das aktive... Äh... Du kannst mich einschläfern lassen. Und dann durch Hex gewinnen. Das ist scheiße. Aber naja... Dadurch sterben halt jetzt viele Pokémon. Er kriegt ziemlich viele Preiskarten. Nimm dir nur deine Preiskarten. Nimm dir nur deine Preiskarten. Der meint Shaman X haut mit Rache-Sturz schon ein bisschen drauf, ne? Shaman X haut jetzt ein bisschen auf die Kacke, mein Freund. Shaman X haut jetzt auf die Kacke. So, das legen wir hin. Das legen wir hin. Und teilen unser Shaman X. Sehr schön. Und Rache-Sturz. Und Rache-Sturz macht jetzt 150 Damage. Mein Freund, du hast einen großen Fehler bekommen. Ach ja. Ach ja. Klar, du kannst jetzt deinen Minun wiederholen. Aber was bringt dir denn bitte schon Minun? Du hast einen Knopfhänser, süß. Das Einzige, was du jetzt machen kannst... Was ist das schon wieder? Schau dir dir was im Kampen eines Decks eines Spielers an. Kannst du diese Kalle an... Du... Er hat grad nicht mein Mebrana weggelegt. Oh, du bist doch ein Penner. Mann, 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 Mann. Wir hatten auch Mebrana. Ich meine... Mebrana war es. Wir hatten auch Mebrana war es gehabt. Ja, du kannst so viel holen, wie du willst. Du wirst Shaman X nicht besiegen können. Du legst es sogar interessant. Wahrscheinlich will er Blitzer holen. Ja, auf jeden Fall. Was kann ein Blitzer? Zeig mir mal. Blitzern kann... Ja, macht 30 Schaden, süß. Äh, na, der Rakete, okay. Was 30 Schaden macht... Was? Mit beruhigender Duft macht er auch noch 30 Schaden. Willst du mich... Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Also ein bisschen Lähm finde ich das jetzt schon... Weil wenn er Shaman X besiegt... Dann hat er gewonnen. Wow. Ach komm, es ist lächerlich, dieses... Dass ich durch Luck jetzt wieder verliere. Jetzt kann er nochmal 60 Schaden hochzauern. Wow, jetzt gewinnt er durch Luck. Es ist so lächerlich. Ich hasse dieses... Ich hasse dieses... Du gewinnst nur dadurch, dass du schlafen kannst. Ja, was soll denn das? Ach komm. Weißt du, da habe ich auch nämlich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hier weiter das aufzunehmen. Weil es auch überhaupt keinen Sinn hat. Weil du wieder durch Luck verlierst. Ja, und was bringt mir das jetzt? Er kann mich nochmal eingreifen. Mich nochmal einschläfern. Oder mich jetzt mit Zauberblatt sogar, wenn er Glück hat. Ganz bitte. Ja, er hat gewonnen. Er hat so und so gewonnen. Tut doch mal... Tut doch mal... Ne, 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 ne. Es nervt mich einfach komplett jetzt wieder. Ja, schön, du hast gewonnen. Es ist mir so scheißig... Es ist mir so scheißig, was du jetzt machst. Oh Mann. Mein schönes Shaman X. Die Taktik war so gut. Und dann kommt er mit seinem scheiß schlafenden Fulipura. Ganz ehrlich. Was machst du denn jetzt? Heavy... Ja, töte mich doch einfach. Du hast so ein Soge dran. Mann, will ich jetzt noch einen Kampf machen? Das ist halt jetzt die Frage. Kriege ich das geschenkt? Nein, ich kriege auch einen Pokedoller. Wow. Lächerlich. Lächerlich. Na, ich würde aber sagen, dann... Machen wir im nächsten Part nochmal einen Kampf mit diesem Thema. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dann.